Musik Stadtgebiet Bad Radkössburg Grundstück im Bauland Greifen Sie zu. Das Objekt liegt in unmittelbarer Angrenzung an das Landeskrankenhaus, es hat eine Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,4. Das sonnige Grundstück mit alter Mühle ist nur wenige Schritte vom Altstadtzentrum und der Therme entfernt. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Remax Wir geben Ihren Träumen ein Zuhause. Musik Musik